Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog-Eintrag. Heute wieder mit Jogging. Heute nicht so viel Jogging, weil ich zuletzt wieder viel Jogging hatte. Ich muss ein bisschen auf meine Knie achten, dass die nicht in Mitleidenschaft geraten. Deswegen heute ein bisschen weniger. Und wie viel, das erzähle ich gleich nach dem Intro. Heute Jogging nicht so viel. Fünf, sechs Kilometer maximal. Ist auch schon spät. Wetter ist nicht so geil. Fängt hier gleich bestimmt an zu regnen oder in so einem Käse. Das macht mir nix. Aber insgesamt ist es nicht positiv. Spät, schlechtes Wetter. Ja, und heute ein kurzer Tag. Kurzer Sporttag. Ja, ich melde mich gleich nochmal mit dem Stand der Dinge. Vier Kilometer habe ich jetzt hinter mir. Relativ locker. Hey, was sind schon vier Kilometer? Ja. Oh Mann. Wenn ich dran denke, wo ich, als ich vor zwei, drei Monaten hier noch gelaufen bin, da habe ich mir mit sechs, da habe ich mir eine Herzbändel rausgerannt. Aber heute merke ich tatsächlich, es hat alles was gebracht. Es war was Gutes, dass ich runter von der scheiß Couch bin und Sport gemacht habe. Und das regelmäßig gemacht habe. Mittlerweile ist es echt pippi, wenn ich vier Kilometer laufe. Aber ich muss dranbleiben, weil sonst wird sich der Schlendrian wieder einschleichen. Und dann ist es nicht mehr so einfach. Ja, ich mache jetzt noch meine fünf Kilometer heute voll. Und dann habe ich ein bisschen was getan heute. Bin ich froh drum. Und kann wieder auf meine Couch zurück. Und den Abend genießen. Es wird sowieso gleich dunkel hier. Nicht mehr so lange hell. Und dann war alles gut heute. Alles gut. Achso, ja, ich war ja heute... Achso, das muss ich erzählen, Entschuldigung. Ich war heute auf dem Geburtstag. Und da habe ich vier Stücke Kuchen gegessen. Leck mich am Arsch. War der Kuchen gut. Obwohl ich gar keinen Pflaumenkuchen mag, habe ich den weggehauen. Vier verdammte Stücke. Und deswegen musste ich heute definitiv laufen gehen, um mir diese vier Stücke wieder runterzulaufen. Pflaumenkuchen ist, glaube ich, nicht so schlimm. War ziemlich viel Pflaumen drin. Pflaumen ist ja Obst. Obst gleich gut. Deswegen nicht so weit laufen heute. Aber wichtig waren, dass ich heute überhaupt laufe. Naja, das wollte ich mal loswerden. Ich melde mich gleich, wenn ich daheim bin. Und dann sehen wir weiter. Ja, da bin ich wieder. Licht ist wieder angegangen, natürlich, weil es da draußen so dunkel ist. Fünf Kilometer habe ich hinter mir. War heute nicht so hart. Nächstes Mal wieder mehr Sport. Ich kann nicht jedes Mal viel machen. Aber das machen die Knie nicht mit. Deswegen muss ich Intervall mal wenig, mal viel. Also, ich sage, cheerio, Miss Sophie. Runter vom Sofa. Mach Sport. Ist klar, ne? Begrüßung. Winde! Ich würde mich auch nicht darinplay. Aber so ist es, meine König 80- colocativer. Anzeige. Drs.